hallo und herzlich willkommen ich bin heute auf die jagd nach ticket und heute haben wir das spiel star trek fleet command viel spaß und da sind wir schon wieder aber ich freue mich gerade kein sound da ist aber ist doch an meine box aus meine box hat was gegessen der ist dort haben sie mir den letztens mal nicht heile gelassen schweinerei 11 minuten reparatur aber ist was andere alles was war die kisten abholen hier ja die ganzen sachen ups da da ok da stand eins das heißt 10 stund gut beim nächsten mal will die ihr schiff sehen ok pfarr es noch mal los bin ich noch mal so ihn kann ich nicht er ist unterwegs im schiff auf dem mission immer noch schnell hier bei allianz eigentlich bei allianz bei bei kam ich da noch rein dann ist doch c fertig ja jetzt bin ich drin so hier war so ein paar sache aber ich muss was bestimmtes was ganz bestimmtes aufwerten weil für doch c borden drei feste das ganz bestimmtes muss ich mal die schiff werft auf 13 schon zwei tages erreicht und was krieg ich da muss ich den hier noch auf 13 machen ist der noch frei der hier geht ausfälligematerial der hier ausfälligem material dann war noch der hier und wir nehmen ach das geht auch gut sagt aber die sind schon mal am blau und der ist am laufen ist das hier freischalten 20 euro oder 100 euro das ist doch karakter wahrscheinlich dazu oder ist es der hier auch ich weiß es nicht ich werde es wieso nicht holen die geld ist eine ressource die ich sehr wenig habe ist das ein anzeichen auch von corona noch 4 minuten Okay, dann machen wir jetzt die Sachen alle und Da, das wollte ich machen. Ich wollte hier Leute zurückgucken, damit ich die White House spielen kann. Das ist ein Meilenstein bei mir jetzt. So weit war ich noch nie. Logisch, dass ich so weit auch nicht war. Weil ich bin ja jetzt erst da. Ah, okay. Dann jetzt zu den Leuten. Offizier. Schauen wir uns mal an. Das ist das Schlechteste. Ich habe gar nicht so viele Leute, sag ich jetzt mal. Ich habe hier 10, 20, 24 Leute. Na ja. Ach guck mal, ich habe hier 15.000. Kann ich doch ruhig alle das erste Level. Hochlevel. Oder? Hm, der ist schon voll. Ja. Auch. 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 Okay, hier ist schon Level 10. Sprich, die sind schon bei Level 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ich habe 8 Stück auf Level 2, die auf Level 3 warten. Jetzt ist hier 1, 2. 2. Und 2 Leute. Leite, wollte ich sagen. 2 Leute, die mit Level 2 auch schon fähig sind, die jetzt in Level 3 schon drin sind. Guck mal auf, kann ich gerade mal 2 Leute von auf Level 3. Also, ein Level bei dem wahrscheinlich und eins bei denen. Dann ist mein ganzes Geld und wie auch immer das Zeugste weg. Dann schauen wir mal, ob wir jemanden befördern können. Scheint nicht so. Muss ich jedes Mal umklicken. Keine Ahnung, dass ich es nicht gesehen habe. Was ist das? Soll ich mir hier eigentlich ein Makro hinsetzen? Zack. Und dann immer klack, 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 klack. Dass es ein bisschen schneller geht. Okay, bei dem war ich schon. So. Der, ne. Der, ne. Der, oder die, ne. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ah, okay. Das sind diese kleinen. Aber ich glaube, da hätte er mir auch gesagt, wenn ich einen fördern kann, dann müsste ja hier das grüne Feilchen nach oben sein. Alle Menschen. Na gut, dann das war es erstmal so. Ähm. Die Verwaltung von diesem Schiff werde ich jetzt machen. Meine Offiziere sind alle am Start. 6800 Stärke ist richtig gut. Was ist mit denen los? Ähm. Ich hab hier die ganze Zeit... Ein andermal. Die Leute von ein andermal drinnen. Sternflotte. Okay. Das ist hier doch ein andermal. Auch Sternflotte. Ähm. 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 Das nächste Jahrhundert. Das nächste Jahrhundert. Achso. Da steht sogar drüber. DNJ. War bei denen hier auch. Das sind diese Dingensleute. Wir essen die Farmer. Ähm. Ähm. Töten. Okay. Das nächste Jahrhundert. Das nächste Jahrhundert. Ähm. 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 Sehr gut. Da haben wir die. Und hier ist diese Sternflotte. Die beiden möchte ich lieber nicht dran lassen. Die sehen so komisch aus. Dann habe ich aber trotzdem 1, 2, 3, 4, 5 Stück von den anderen. Ja. Von denen habe ich also 6. Von denen habe ich auch 5. Das passt für das nächste Schiff, ne. Würde ich mal sagen. Und raus. Hm. Oder muss ich da noch was ändern? Da passen keine Leute mehr drauf. Das ist voll. Ich überlege gerade. 1, 2, 3. Das Zeichen habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Das habe ich auch. Ich habe alle Zeichen. Gibt es nur die 3 Zeichen. Gut. Vielleicht das wenigstens so verbessern das Schiff. Ne. Ist schon so biased. Aber nur 4200 Schlangen. Gucken wir jetzt hier so. Das ist das. Alle 3 Zeichen direkt vorne. Drinnen. Das ist super. Das ist beim anderen auch. Ich glaube schon. Ich glaube. Ich habe da sogar drauf geachtet. Ja. Sicher. Und verbessern. Auch. The best. Aber ich kann auch hier was reinpacken. Wenn ich was habe. Wenn ich was habe. Verstärken. Verstärken. So. Dann möchte ich mal sagen. Dann geht es jetzt los. Nehmen wir einfach die Queste. Missione. Oh. Da ist es vorbei. Besiege den. Feindlichen Käpt'n. Da fliegst du erstmal hin. Los. Ach. Ist ja direkt hier vor. Meine Haustür. Angriff. Ne. Statt Bader. Ah. Statt Bader. Statt Bader. Statt Bader. Ich bin noch ein bisschen stärker als er. Es hat gereicht. Na ja. Ah. Okay. Das war. Quest Nummer eins. So einfach. Oh. Das war auch bei. Wir sind schlagen. Warte mal. Da ist ein kleiner Fehler uns unterlaufen. Es wäre jetzt der hier. Das würde ich auch schaffen. Komm. Dann fahr mal rein. Fliegen wir hin. Hier ist das was ich abfahren muss. Los. Fahr es ab. Jetzt sind beide hier hin unterwegs. Das dauert. Schlechte Idee. Aber trotzdem. Mir ist ein Fehler unterlaufen. Das werde ich jetzt mal aufs Bügeln. Ähm. Der hier muss eigentlich erst nach oben. Zack. Sternchen. Ah. Hier. Level 12. Level 12. Sternchen. Und Level 12. So. Das sind eigentlich die Sachen die ich machen muss. Den eigentlich nicht. Trotzdem gerade auf dem Weg dahin. Schauen wir mal. Haben wir geschafft. Äh. Sind wir. Haben wir geschafft. Sind wir am schaffen. Dann ist wir auch bei. Und. Hier. Das wäre der nächste. Aber jetzt. Fliegen wir erstmal. Hier vorne hin. Dann ist das noch. Dann ist die neue Kiste angekommen. Fertig. aber keine gute überlegen so leute das könnte bis sie dauert also bis sie zurücklegen und geschlafen wasser trinken belast was ist belast lesezeichen da wo sind sie denn da ist einer er wird bestimmt kaputt gemacht los 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 der ernte der farmer ist schneller wie mein kampfschiff mönch ist du lahm ausschlich obwohl das hier so ein schneller kleiner flitzer ist angriff jetzt wird spannend braucht nicht ein bisschen ranzoomen das ging aber schnell dauert das ging aber schnell dauert ach warte mal ist es das hier gewesen nein das hier genau ach das brauche ich nicht da ok da sind wir bei ich besiege ein feind auf level 14 oder höher ist denn hier einer der 14 oder höher ist ich glaube nicht 12 13 14 höchstens höchstens 14 würde ich sagen außer wenn 11 da ist dann höchstens 13 egal nächsten da kommen wir noch einen bis wir dahin fliegen ist das das hier gemeint 2 minuten bin ich da ja war der wichtige oder war es der hier schau wir sind vorbei 11 14 der hier ich glaube er das ist der hier halt handbremse gezogen eine quest ist nämlich hier drin und da ist gar nichts deswegen vermute ich ist es da boah habe ich ja genau pünktlich noch die handbremse gezogen da braucht auch eine quest schauen wir uns kurz an hier ist eine quest die ich mache nicht hier ist auch ein 14er da da ich bin um 8 punkte stärker ich glaube das lieber nicht nee nee ich wollte ein system in der galaxie ok und wir sind da was lande flieg rein du musst du fliegen da rein dankeschön oh hier ist zwei sternes zeugs drin rohgas das kann ich auch brauchen aber jetzt muss ich ja die quest machen und auch oh haben wir wollte ich ja sagen fliegen wir jetzt hier hin und und akzeptieren 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 da ich jetzt nicht so ein trecky bin weiß ich nicht genau was eigentlich böse und was gute menschen sind deswegen nehme ich einfach immer alles an was da ist und ich greife alles an, was da ist. Also auf der einen Seite nehme ich die letzten Quest an und auf der anderen Seite mache ich die dann wieder auch kaputt. Also ist bei mir sozusagen alle böse, nur wenn es mehr Geld geben, sind sie gut. Die Schlagfahrer auf jeden Fall schwächelt sich. Die Schlagfahrer aber hier war auch ein Level 14 habe ich schon gesehen. Da ist einer. Da werden wir doch den mal schnell kaputt machen. Oh, es ist aber gut, dass ich einen feiner Ohm habe. Der ist ja nur 1000 schwächelt sich. Naja, was soll's. Wir haben neue Queste gekriegt und die müssen wir gleich wieder sortieren. Ich sortiere immer nach Schwierigkeit. Also sprich, ich bin jetzt gerade bei Level 12. Eins am Ende. Schwierigkeitsstufe Level 12 bin ich. Und 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 Das ist schon mal die 12er. Der Der hat keinen Level Keinen Level Schwierigkeitsgrad. Deswegen möchte ich das sofort so reinpacken. 12, 12, 12. Nichts. Und Da krieg ich dann hier und so ein Aber warte mal. So weit bin ich so noch gar nicht. Ich versuche doch nur den ins Ding ins Packen hier. Okay. Fangen wir von Oma. So, war mal. Jetzt 5 14er Feinde. Boah. Also 10 Minuten zum Schnurmen. So war scheiße schon 15 Minuten jetzt. Ne 10 Minuten noch eine Kiste. So ist es jetzt schon 20 Minuten. Uuuuuh. Ist hier noch ein 14er? Da ist doch einer. Aber ich weiß es nicht. Ja doch. Angriff. Da ist noch einer. Das fliege ich schneller hin. Dann kannst du wieder zurückfliegen. Ich brauche 5 Feinde. 5 Stück. Und du darfst nicht sterben vorher. Nummer 1. Ach, Mensch. Ich will doch nicht auf das Zeichen. Da. Den. Nummer 2. 2. Das war es erstmal, ne? Gut, ich habe keine Lust, hier lange zu warten. Und deswegen fliege ich zur nächsten Quest. Dahin. Die Quelle. Was ist das denn hier? Puss. Das sind sogar zwei Queste, die ich abgeben kann. So, bin ich mal gespannt. Ist der Verpflicht länger, äh schneller? Öffnen. Einsammeln. Einsammeln. Und. Ich glaube, es fliegt noch. Ab 30 Sekunden fliegt noch nicht mehr. Okay. Warte. Puss. Zu nah. Hier möchte ich lieber keine Basis haben. Ich nameth. Pille. Und. ok hier muss ich umfliegen los ich drücke wieder wie wild durch die gegend eines zur flucht ok die kenne ich doch den habe ich auch schon mal gesehen flüchtlinge hippie die können alles für mich arbeiten die werden versklavt da ist noch ein punkt schau mal kurz wie stark die sind 5000 sind gleich stark wie ich das war doch zeit wo ich da in den welt anruf geflogen bin da war ich doch jung ich bin auch schon drauf gekommen ok lass was sind das für eine kleine sonne hier guck mal ist alles größer als das ding da naja was habe ich gemacht ich habe immer gedrückt ich habe mich gelesen ich hoffe das war was gutes ich habe dort irgendwas mit speichern gesehen speicher naja egal war wieder umwandt dabei ich probiere mal hier ein 14 kaputt zu machen wenn mein schutzschritt aber weiter runter geht wie unter der hälfte dann höre ich das ist ja noch drei stücke ich brauche ach je Okay, ein bisschen aufladen. Der Schutzschild ist wieder voll. Da ist der nächste 14er. Und dann noch ein. Also mein Schiff, kann man so sagen, ist eigentlich Level 14 dann. Dann ist die Quest auch fertig. Jawoll. Habe ich hier noch ein Offizier gekriegt. Rekrutieren. 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 Ne, ich möchte bei dem 5 Uhr. Okay. Quest fertig. Speed. Schaue ich noch mal kurz nach. Hier ist wieder einer zwischengerutscht. Hoch damit. Okay. Ah, hier ganz viel. Hoch. 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 Und Hoch. Das war glaube ich der letzte. Genau. Und hier ist alles Sternchen. Gut, dann geht es jetzt hier weiter. Sind vorbei. Captain sind auf dem Weg dahin. Ah, ich kann hier nicht ordnen. Tochter ist er. Let's go. Ah, bei mir ist zu Hause wieder. Aber das gibt es doch nicht. Hm. Ach so, das ist genau drei Stecker jetzt. Ich glaube, die habe ich vorhin schon mal gehabt. Wie lange fliegt der? Sechs Minuten? Alter, ah. Ich würde mal sagen, das war's denn für heute. Weil ich glaube nicht, dass ich jetzt hier sechs Minuten mit euch warten werde. Und dann geht es hier weiter, mit den ganzen Quäste. Auf dieser bin ich hier ganz gespannt. Irgendes Symbol. Gut. Dann spricht man das Spiel ab und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch am Interesse mit euch mehr dabei seid. Bis dann Nursing. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschö. Schönen Tag noch.